Waffenbesitz, Rassismus, gegenseitiges Misstrauen. Das ist eine explosive Mischung, die Amerikas Gesellschaft weiter spaltet. Wir sind hier auf Staten Island. Hier finden kleine Demonstrationen statt. Es geht immer noch um den Fall von Eric Garner, also jenes Schwarzen, der bei einem Zwischenfall mit der Polizei umgekommen ist, von der Polizei ermordet. So sehen das viele Menschen hier. Über 700 Menschen sind allein in diesem laufenden Jahr bei solchen Aktionen der Polizei umgekommen. Überproportional viele Schwarze und Hispanics. Ein Thema, was die Wahlen nicht bestimmt, aber die Menschen immer noch aufwohlt. Sind Sie nicht etwas überrascht nach acht Jahren Obama, der ja der erste schwarze Präsident war, dass es sowas immer noch gibt? Nicht wirklich überrascht. Da war ein kleiner Hoffnungsschimmer, aber eigentlich wussten wir es schon. Ich bin in dem System groß geworden und habe gelernt, wozu es deren Vorväter geschaffen haben. Also war Obama im Weißen Haus eine Hoffnung für uns Schwarze. Aber nein, keine definitive Veränderung. Wir haben schon die verschiedensten Dinge probiert hier in Amerika und alles wurde abgeschmettert. Was ist eine typische Situation in Ihrem Viertel, wenn die Dinge eskalieren? Etwas, was sehr typisch ist und in den meisten Stadtteilen passiert ist, dass ein Polizist einen Jugendlichen anspricht und erkennt seine Rechte nicht. Und der Polizist fragt, wohin gehst du? Was machst du? Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Der Jugendliche antwortet nervös oder er verteidigt sich und schreit aggressiv los. Aber anstatt der Eskalation, wenn der Junge wüsste, dass er anders reagieren kann, fragen kann, warum halten Sie mich an? Stehe ich unter Arrest? Kann ich gehen? Dann würde der Polizist wissen, hier kennt jemand sein Recht. Und auch er muss sich ans Recht halten. Okay. Seit gestern Abend haben Demonstranten vor der Residenz des Gouverneurs des US-Bundesstaates Minnesota ausgeharrt, um ihre Wut auszudrücken. Er hat es nicht verdient zu sterben. Wir sind doch keine Tiere. Die tödlichen Schüsse auf Philando Castile fielen während einer Verkehrskontrolle. Schockierende Bilder kursieren im Internet, gefilmt und live gestreamt von der Beifahrerin, der Freundin des 32-Jährigen. Er hat ihm gerade in den Arm geschossen, ruft sie. Der Polizist hatte die Papiere sehen wollen, dann aber mehrfach abgedrückt, offenbar als Castile nach etwas greifen wollte. Dann wird die Freundin festgenommen. Im Auto war auch ihre vierjährige Tochter. Die Polizei findet im Wagen eine Pistole. Der Fahrer hatte einen Waffenschein und soll auch darauf aufmerksam gemacht haben. Das Opfer verblutet auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Polizei hat nicht mal nach seinem Puls gefühlt. Statt zu schauen, ob er noch atmet, haben sie sich um ihren Kollegen gekümmert. Es ist der zweite Fall innerhalb von zwei Tagen, der die USA erschüttert. Rassismusvorwürfe und Proteste auch in Baton Rouge, Louisiana, nach einem weiteren verstörenden Video. Es zeigt, wie Beamte Dienstagabend den 37-jährigen Elton Sterling niederringen, der vor einem Laden Passanten bedroht haben soll. Er hat eine Waffe, brüllt jemand. Dann fallen Schüsse. Sterling stirbt. Die tödliche Gewalt weißer Polizisten gegen Schwarze. Kein neues Thema, aber wieder aktuell im Präsidentschaftswahlkampf. Die Kandidatin der Demokraten, Hillary Clinton, reagiert auf Twitter. Eine Tragödie, etwas laufe zutiefst falsch im Staat. In Minnesota sieht das Gouverneur Mark Dayton ähnlich. Wäre das passiert, wenn der Fahrer weiß gewesen wäre? Ich glaube nicht. Dayton verspricht Gerechtigkeit für die Opfer. Die verlangen sie hier auch. Aber ob sich was ändern wird, da sind viele skeptisch. Fast zwei Wochen lang jeden Abend die gleichen Szenen. Der Protest gegen Polizeigewalt. Die Solidarität mit dem erschossenen Michael Brown. Lautstark. Leidenschaftlich. Weitgehend friedlich. Auch Elliot Wilson ist mit seiner Freundin Brooke schon den dritten Abend hier. Der angehende Lehrer ist in der Gegend aufgewachsen und hat die beiden Kinder bewusst mitgebracht. Sie müssen das sehen und sollen mitbekommen, was hier abgeht. Denn wir demonstrieren hier auch für sie. Damit es ihnen mal anders geht, wenn sie dann 18 oder 17 sind. Der 18-jährige Michael Brown hätte jeder hier sein können, so das Gefühl auf der Straße. Doch wie schon in den Nächten zuvor, wie aus dem Nichts wird aus einer lange friedlichen Demonstration plötzlich eine gefährliche Konfrontation. Die Polizei nimmt Randalierer fest. Elliot flüchtet mit seiner Familie nach Hause. Denn er will sie auf keinen Fall solchen Szenen aussetzen. Das Städtchen Ferguson im tagelangen Ausnahmezustand. In die Wut über den Tod von Michael Brown mischt sich Empörung über das martialische Auftreten der Polizei. Wir wollen hier doch nur friedlich demonstrieren. Und die Polizei rückt jedes Mal in voller Kampfmontur an. Das ist doch lächerlich, dass wir hier friedlich demonstrieren und die haben Sturmgewehre im Anschlag. Rauchgranaten, Flecktarn, gepanzerte Fahrzeuge. Dass diese Bilder aussehen wie an einer Kriegsfront, ist kein Zufall. Denn seit einigen Jahren erlaubt ein Gesetz dem US-Militär, ausgedientes Material kostenlos an Amerikas Lokalpolizei abzugeben. Doch was ursprünglich für Ausnahmesituationen wie den Kampf gegen hochgerüstete Drogenkartelle gedacht war, führt zu einer gefährlichen Militarisierung des Polizeialtags, kritisieren politische Beobachter. Der Auftrag des Militärs ist ein ganz anderer als der der Polizei. Wenn du in den Krieg ziehst, dann kämpfst du gegen Feinde, die du mit aller Macht zerstören willst. Aber unsere Polizei sollte Gewalt doch möglichst vermeiden. Die Polizei argumentiert, sie müsse sich schützen können. In Amerika kann sich schließlich jeder Schusswaffen besorgen. Aber mit dem ganzen Militärgerät kann sich auch eine Militärhaltung in unsere zivile Polizei einschleichen. Und die Befürchtung ist, dass die Polizei dann anfängt, die Bürger als Gegner zu sehen. Dass Michael Brown wegen einer solchen Haltung sterben musste, davon sind viele in Ferguson überzeugt. Das Vertrauen in die Behörden ist gering, man hilft sich gegenseitig. Essensspenden am Tatort, auch eine Form von nachbarschaftlichem Trost. Diskriminiert werden im Alltag, fast jeder hier kann davon berichten. Und Eltern bereiten ihre Kinder schon früh darauf vor. Ich sage meinem 14-jährigen Sohn immer, wenn du auf einen Polizisten triffst, halt den Kopf gerade, schau ihm offen in die Augen, bloß kein Ärger. Immer gehorsam antworten. Und wenn er nichts weiter will, dann geh bloß in die andere Richtung. Elliot Wilson ist zum ersten Mal zum Tatort gekommen. Die Schrecksekunde bei der Demo am Abend zuvor hat er mittlerweile verdaut. Dies hier zu sehen, fällt ihm schwerer. Das ist hart, Mann. Da bekommt man es mit der Angst zu tun. Weil ich weiß, ich selbst könnte, egal was tun, ich werde wegen meiner Hautfarbe vorverurteilt und könnte abgeknallt werden. Völlig ohne Grund. Elliot ist ein paar Autominuten von hier aufgewachsen. Ein einfaches, aber sehr gepflegtes Viertel. Fast nur Schwarze leben hier. Ich habe hier oft vor meinem Haus mit Freunden einfach abgehangen und ein Polizist fährt vorbei und fragt, was wir denn so aushacken würden. Es ist diese Art von Generalverdacht, ob tatsächlicher oder nur Empfundener, der die Gesellschaft spaltet. Doch was muss passieren, damit sich etwas ändert, vor allem im Verhältnis zu den Behörden? Wir müssen wählen gehen. Nur so halten wir Rassisten aus wichtigen Ämtern. Und da reicht es nicht, einen Schwarzen ins Weiße Haus zu wählen. Wir müssen auf kommunaler Ebene für Wechsel stimmen. Vom Bürgermeister bis zum Sheriff. Am Abend gehen die Demonstrationen weiter. Auch Elliot ist wiedergekommen. Und natürlich sind auch wieder Freundin Brooke und die Kinder dabei. Sie wollen demonstrieren, bis es Gerechtigkeit für Michael Brown gebe. Ohne die keinen Frieden, skandiert die Menge. Und wieder rufen sie das, bis spät in den Abend. Der Polizist, der geschossen hat, muss sich vor Gericht wegen Mordes verantworten. Ja, und bis das geklärt ist, sollte er nicht frei rumlaufen können. Beurlaubt und das auch noch bei vollen Bezügen. Ein Schöffengericht verhandelt nun, ob die Beweislage eine Anklage zulässt oder nicht. Die Entscheidung darüber könnte Wochen dauern. So lange bleibt Ferguson eine Stadt im Protest. Panik, Schüsse, Amoklauf in einem Kino. Mittendrin drei Polizisten. Laden, Zielen, Nerven behalten. Wo hält sich der Schütze versteckt? Eine Frage von Leben und Tod. Auf dem Parkplatz am Hintereingang kommt es zum Showdown. Lass die Waffe fallen. Der Täter schießt. Sekunden später liegt er am Boden von Kugeln durchsiebt. Okay, das war's. Wir sind in einem Trainingszentrum für Polizisten im Großraum von Los Angeles. Hier lernen Cops, ihre Reflexe zu kontrollieren. Nicht zu früh abzudrücken, aber auch tödlich zu schießen, zu unserem großen Erstaunen. Klar, wir hören immer wieder, schieß doch nur in den Arm, um den Täter außer Gefecht zu setzen. Das funktioniert aber nicht. Der hat dann noch immer 20 Sekunden, in denen er um sich ballern kann. Was glauben Sie, wie viel man da anrichten kann? Der Kerl hier hätte sein ganzes Magazin leeren können, um uns zu töten oder die Geisel oder umstehende Passanten. In ihren Ohren klingt das unerträglich. Die Organisation Schwarze Leben zählen kämpft seit langem gegen Polizeigewalt. Wir sind in Detroit. Viele hier haben schon selber aggressive Kontrollen erlebt. Mittendrin Ron Scott, ein Veteran der Bewegung. Er macht den Jungen Mut. Obamas Polizeireform dürfe erst der Anfang sein, damit nicht immer mehr junge Schwarze erschossen werden. Von Polizisten, die schlecht ausgebildet, aber bis an die Zähne bewaffnet sind. Viele Opfer waren noch Kinder, wie Ayana, die gerade sieben Jahre wurde. Ron nimmt uns mit zu Ayanas Familie. Ihre Großmutter war dabei, als das Sonderkommando ihr Haus stürmte. Was dann passierte, sei wie im Krieg gewesen. Ich sah plötzlich all das grelle Licht von der Granate. Glas splitterte, meine Tür wurde eingetreten. Ich warf mich flach auf den Boden. Aber Ayana schlief auf dem Sofa mit dem Kopf in Richtung Tür. Als die Polizisten endlich das Licht anmachten und sahen, dass sie Ayana getroffen hatten, sagten sie, oh shit. Ja, shit, habe ich geschrien. Ihr habt gerade meine Enkelin erschossen. Zufällig filmt ein US-Team den Einsatz. Es hält fest, wie die schwer bewaffnete Sondereinheit auf der Suche nach einem Drogendealer das Haus stürmt. Das Kinderspielzeug im Garten liegt, stört sie nicht. Hinterher stellt sich raus, sie hatten sich im Stockwerk geirrt. Auf der Basis von Gerichtsprotokollen werden die Ereignisse nachgestellt. Erst fliegt eine Blendgranate, dann beginnt der Kugelhagel. Der Hund wird erschossen, dann das schlafende Kind. Mertilla, die Großmutter, muss sich flach auf den Boden legen. Sie müssen endlich eine akribische Aufsicht führen über das, was diese Sondereinsatzkommandos hier treiben. Sie sollen uns schützen und führen in Wahrheit Krieg gegen die Bevölkerung. Von Ayana bleiben der Familie nur wenige Fotos. Der Schütze wurde vor Gericht freigesprochen. Ihm sei kein Fehlverhalten vorzuwerfen. Kein Wort der Anteilnahme, keine Entschuldigung bis heute. Dabei hatte Ayanas Mutter gezwungen, sich auf das blutverschmierte Sofa zu setzen. Dorthin, wo sie gerade ihrer Tochter in den Kopf geschossen hatten. Die kleinen Geschwister haben alles gesehen, die Tür stand offen. Zurück in Rialto, im Großraum von L.A. Wir treffen die Polizisten aus dem Trainingszentrum wieder. Hier sind die Körperkameras, die Obama nun angeordnet hat, schon lange im Einsatz. Sergeant Lindsay zeigt uns seinen ständigen Begleiter. Aus dem Blickwinkel des Officers nimmt die Kamera jede Begegnung auf. Während unseres Interviews wird Josh Lindsay zum Einsatz gerufen. Ein flüchtender Unfallfahrer, aggressiv, wahrscheinlich bewaffnet. Du weißt nie, was dich erwartet. Auf was für Waffen du diesmal stößt. Die sind überall. Das ist verdammt gefährlich. Deshalb finde ich die Kameras inzwischen richtig gut. Sie halten genau fest, was wir in jeder Sekunde sehen. Hubschrauber kreisen bereits über dem Versteck. Nachbarn winken nervös. Solche Situationen können leichter skalieren, erklärt uns Sergeant Lindsay. Wir dürfen nicht mit auf das Grundstück. Doch die Körperkamera zeichnet alles auf, was in dem verlassenen Garten vor sich geht. Sollte es zu einer Klage kommen, ist dokumentiert, dass die Polizisten zwar mit dem bissigen Hund drohen, ihn aber nicht wirklich auf den Flüchtigen hetzen. Der gibt schließlich auf. Der Einsatz endet ohne Gewalt. Zwölf Monate bleiben die Aufnahmen nun gespeichert. Manchmal wirft man uns vor, Dinge getan zu haben, die nicht stimmen. Die Kamera aber hält alles genau fest. Was wir tun, was wir sagen. Sollte ermittelt werden, zeigt sie genau, was wir gemacht haben. Das Sonderkommando, das Ayana erschossen hat, trug keine Kameras. Seit über vier Jahren kämpft ihre Familie deshalb vergeblich darum, den Schützen zur Verantwortung zu ziehen. Es hat geschneit, als wir Ayanas Großmutter auf dem Flithof wieder treffen. Sie muss das Grab ihrer Enkelin erst freischaufeln. Irgendwie passen, sagt Mertilla verbittert. Am Tag zuvor war der Polizist, der die tödlichen Schüsse abgefeuert hatte, in dritter Instanz freigesprochen worden. Statt ins Gericht zu gehen, bin ich hierher gekommen, als sie die Anklage endgültig fallen gelassen haben. Ich wollte bei ihr sein. Den Kampf vor Gericht haben sie verloren. Ihnen bleibt nur die Hoffnung, dass sich durch Obamas Polizeireform tatsächlich etwas ändert. Wenn auch Farbige keine Angst mehr haben müssen, von der Polizei erschossen, statt von ihr beschützt zu werden, wäre Ayana nicht vollkommen sinnlos gestorben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin hier mit Greg verabredet. Er hat hier sein eigenes Haus, er hat hier sein Auto und plötzlich kam aber da die Arbeitslosigkeit und er stürzte so ziemlich ins Bodenlose. Wie es der amerikanische Mittelschicht geht, das kann er uns in seinen eigenen Worten erzählen. Wie schwierig ist es, für die Mittelschicht klarzukommen hier in Maine? Wie geht es denn in der Wirtschaft? Es ist sehr schwierig. Können Sie das ein bisschen beschreiben? Die Lebenshaltungskosten, die Krankenversicherung, sie ist sehr teuer, weil wir im Norden sind und es hier weniger Krankenhäuser gibt. So ist es mir gesagt worden. Deshalb müssen wir mehr für unsere Krankenversicherung zahlen. Es ist recht kalt hier, die Kälte kommt auch bald und das Öl zum Heizen des Hauses ist sehr teuer. Die Bezahlung in dieser Gegend, da sind 12 oder 13 Dollar schon ein guter Lohn und wissen Sie, der Mindestlohn liegt ja schon bei 10 Dollar. Es ist hart mit 10 Dollar die Stunde zurecht zu kommen. In diesen schwierigen Monaten ohne Arbeit, hatten Sie wirklich dunkle Stunden? Ja. Wie ging es Ihnen? Du bist der Hauptanärer der Familie und plötzlich bist du es nicht mehr. Sparbücher für die Enkel. Was sollte ich denn machen, als ich kein Geld mehr nach Hause gebracht habe? Es war, ich fühlte mich verloren. Ich bin 56 Jahre alt, wie fängt man in diesem Alter nochmal von vorn an? Ich habe es durchgestanden, aber das war damals sehr schlimm. Wie lange haben Sie hier gearbeitet? 32 Jahre. Das ist ungewöhnlich lang. Ja, das war ein Segen hier, 32 Jahre zu haben und auf einmal hören die guten Dinge auf. Warum wurde die Mühle geschlossen? Ich glaube, einer der Hauptgründe war die Nachfrage nach Papier, die sinkt so stark. Wir waren die fünfte Papiermühle in diesem Staat, die innerhalb von eineinhalb Jahren geschlossen wurde. Ich denke, auch die ausländische Konkurrenz spielt eine Rolle, wenn du das Papier aus Europa hierher verschiffen kannst und es dann billiger verkaufst, als wir es hier produzieren können. Mit Kanada ist es das Gleiche. Sie haben es hier runtergebracht für einen günstigen Preis. Erinnern Sie sich an den Tag, als man Ihnen sagte, dass Sie arbeitslos werden? Ja. Wie war das? Es war ein Schock. Ich bin an dem Morgen ganz normal zur Arbeit gegangen und dann kam der Geschäftsführer zu uns und sagte, wir schließen die Mühle. Man konnte es im ganzen Raum sehen. Alle waren so, eine Menge Leute hat hier eine lange Zeit gearbeitet. Es war eine anspruchsvolle Arbeit. Dieser plötzliche Abstieg wegen Arbeitslosigkeit, das ist die Sorge, die Amerikas Mittelschicht umtreibt. Eine Kerze für all jene, die die Straße nicht überlebt haben. Bei dieser Andacht in einer New Yorker Kirche werden einmal im Jahr auch die Namen der Toten verlesen. Ein Abschied in Würde für jene, deren letzte Stunden oft menschenunwürdig waren. Von Mäusen, Kakerlaken, Schüssen in der Nacht, von Orten wie Albträumen handelt sein Gedicht. Die Gedenkfeier dient auch dem Erfahrungsaustausch. Ich habe vor elf Jahren an der Uni meinen Masterabschluss gemacht. Seit drei Jahren und sieben Monaten bin ich obdachlos, erzählt uns Scott. Nun habe ich wieder einen Job und verdiene 12,60 Dollar pro Stunde. Wenn man 30 Prozent seines Einkommens für die Miete aufbringen soll, wären das bei mir 573 Dollar. Dafür kann ich in New York nichts finden. So geht es auch Familie Mitchell, auch wenn man ihnen die Hürden des Alltags auf den ersten Blick nicht ansieht. Arianna und ihr Bruder Elijah haben heute besonders viel Spaß, denn ihre Eltern haben einen freien Tag. Kelly Mitchell arbeitet als Tagesmutter und ihr Mann Sheikwan auf dem Bau. Eine ganz normale Familie, so scheint es. Doch obwohl die Eltern einen Job haben, leben sie seit einem halben Jahr in einem Obdachlosenheim. Ihre Kinder sollen von der schwierigen Situation so wenig wie möglich mitbekommen. Ich versuche mich von den Herausforderungen nicht erdrücken zu lassen. Ich will stark sein, stark für meine Kinder. Ich will ihnen zeigen, dass man trotz aller Probleme stark bleiben muss, vor allem für sich selbst. Auch ihre Ehe versucht die 25-Jährige im Gleichgewicht zu halten. An ihrem Mann schätzt sie besonders, dass er sich nie hängen lässt. Natürlich ist es manchmal hart und natürlich streiten wir auch manchmal. Wer will schon in solch einer Situation stecken? Aber meistens geht es uns besser, wenn wir uns klar machen, dass wir einander haben und dass wir zusammenhalten müssen. Die Familie landete auf der Straße, als der Vermieter wieder einmal die Miete erhöhte. Kelly gerade schwanger war und nicht mitverdienen konnte. Ironie des Schicksals. Inzwischen vermietet der Eigentümer das Haus an die Stadt, die es in ein Obdachlosenheim verwandelte. Das bringt ihm mehr Geld, als die Wohnungen zu vermieten. Die Mitchells haben noch keine neue Wohnung gefunden, alles zu teuer. In eine andere Stadt zu ziehen, kommt auch nicht in Frage, denn dort müssten sie zwei neue Jobs finden. Trotz allem, sie glauben weiter ganz fest an ihn, ihren amerikanischen Traum. Ich will mein Leben verbessern, erfolgreicher sein als jetzt, in einem eigenen Apartment leben. So soll meine Zukunft aussehen. Ich will sehen, wie meine Kinder aufwachsen und erleben, wie sie Stipendien für die Uni bekommen. An das Leben im Obdachlosenheim haben sie sich inzwischen, so gut es geht, gewöhnt. Es ist nicht so schlimm, wie man denkt. Es ist sauber, ordentlich und ruhig. Es gibt einen Waschkeller und sogar Kinderbetreuung. Und wenn man Hilfe braucht, dann ist ein Sozialarbeiter da. Das Obdachlosenheim dürfen wir nur von außen drehen. Die Stadt New York achtet auf ihr Image, will politisch brisante Bilder möglichst vermeiden. Eine seltene Ausnahme gab es nur kurz vor Weihnachten, als Bürgermeister Bill de Blasio hierher kam, um kamerawirksam Geschenke an die Kinder zu verteilen. Der Demokrat de Blasio war mit dem Versprechen angetreten, New York wieder zu einer Stadt zu machen, in der jedermann Leben, Arbeiten und Kinder großziehen kann. Stattdessen steigen in seiner Amtszeit die Obdachlosenzahlen in Rekordhöhe. Rund 60.000 Menschen leben inzwischen in Heimen wie diesem hier, davon 24.000 Kinder. Erst jetzt präsentiert de Blasio ein neues Maßnahmenpaket. So sollen unter anderem mehr Sozialarbeiter eingestellt werden. Warum gehen sie das Problem erst jetzt mit so großer Entschlossenheit an, wollen wir vom New Yorker Bürgermeister wissen. Wir haben es mit einem sehr großen, strukturellen Problem zu tun. Wir hatten eine Rezession und gleichzeitig sind die Wohnungspreise kontinuierlich gestiegen. Deshalb werden wir 200.000 bezahlbare Wohnungen bauen, so viele wie nie zuvor eine Stadt in der Geschichte der USA. Und wir werden 15.000 weitere Sozialwohnungen schaffen. Sie prägen das Gesicht New Yorks immer mehr. Etwa 3.200 Obdachlose leben inzwischen auf den Straßen. Bürgermeister de Blasio will sie jetzt systematisch registrieren und in Notunterkünfte bringen lassen, wenn es sein muss, auch mit Polizeigewalt. Der Existenzkampf hat viele Facetten. Dieser Obdachlose verarbeitet seine Erlebnisse in einem Rap. Manhattan fühlt sich so tragisch an und gar nicht mehr magisch. Ich bin unterwegs in West Virginia. Sieben Autostunden entfernt von der amerikanischen Hauptstadt Washington. Knapp 94% der Bevölkerung hier sind Weiße. Und nirgendwo sonst unterstützen so viele Menschen Donald Trump. Warum gerade hier? Ich lerne Courtney Mayberry kennen. Anfang 20, drei Kinder. Ihr Mann arbeitet in der Holzwirtschaft. Sie kommen gerade so über die Runden. Und das will schon was heißen, hier in dieser Gegend. Viele hier haben ihre Jobs verloren. Ich glaube, mein Mann ist der Einzige hier in der Nachbarschaft, der noch Arbeit hat. Der Einzige? Glauben Sie noch an den amerikanischen Traum? Ich weiß nicht so recht. Ich glaube nicht. Der Billig-Supermarkt Walmart, inzwischen einer der größten Arbeitgeber in der Gegend. Judy Webster fand nicht einmal da einen Job. Mit ihrem Freund lebt sie nun von Sozialhilfe. Früher sei alles einfacher gewesen und nur einem einzigen trauen sie zu, hier etwas grundlegend zu verbessern. Ich tendiere zu Trump. Warum? Er ist faszinierend, er ist zupackend. Klar, er ist auch ein bisschen zwielichtig, hat auch keine saubere Weste. Aber ich bin überzeugt, er kann wirklich Gutes bewirken. West Virginia ist das Ruhrgebiet Amerikas. Eine Kohle-Mine nach der nächsten schließt. Anderswo auf der Welt wird billiger gefördert. Früher konnten Weiße hier auch ohne Ausbildung gutes Geld verdienen. So wie die beiden Kohlekumpel J.R. Morgan und Michael Talony. Sie fanden direkt nach der Schule einen Job in einer Mine. Doch jetzt haben sie die Kündigung in der Tasche. Und sie sind sauer auf die Eliten in Washington, die ihren Überlebenskampf hier nicht wahrnehmen wollen. Obama ist schuld. Wegen des Klimawandels führt er einen Krieg gegen die Kohle. Und wir verlieren unsere Jobs. Wenn man wie wir keine richtige Ausbildung hat, wird es immer schwerer, einen Job mit ordentlicher Bezahlung zu finden. In einer Kleiderkammer der Gegend. Reges Kommen und Gehen. Die weiße Mittelschicht war mal Besseres gewohnt. Dann kam die Finanzkrise. Seitdem hat sich das amerikanische Durchschnittseinkommen um 4.500 Dollar pro Jahr verringert. Und das merkt auch Mark Talkington, der hier Essensrationen zusammenstellt. Vom Aufschwung der amerikanischen Wirtschaft merken sie hier nichts. Bis zu 30 Prozent leben hier unter der Armutsgrenze. Selbst viele, die einen Job haben, brauchen unsere Unterstützung, um überleben zu können. Das amerikanische Versprechen, durch harte Arbeit nach ganz oben, es gelingt hier nicht mehr. Vor allem immer mehr weiße Amerikaner rutschen in die Drogenabhängigkeit. In einer Entzugsklinik lerne ich Shannon und John kennen. Beide über Jahre heroinabhängig. John erzählt mir, viele seiner Freunde nehmen auch Drogen, weil sie keine Perspektive sehen. Es gibt einfach immer weniger zu tun. Du wirst arbeitslos, du wirst verzweifelt, du weißt nichts mit dir anzufangen, außer high zu werden. Shannon bekommt Besuch von ihrer Mutter und ihrem kleinen Sohn Pierce. Jetzt scheint er gesund. Doch er kam wie bis zu 15 Prozent aller Neugeborenen hier in der Gegend drogenabhängig auf die Welt. Denn auch in der Schwangerschaft hatte sich Shannon immer wieder Heroin gespritzt. Die ersten drei, vier Wochen war er auf der Intensivstation und bekam Morphium. Und dann haben sie nach und nach die Dosis reduziert, bis er es endlich nicht mehr brauchte. Keine Perspektive, Depression. Trump verspricht dem weißen Amerika, die Jobs aus China und Mexiko zurückzuholen. Daran glaubt auch Brendan Blankenship. Sein Vater ist Kohlekumpel in Kurzarbeit. Er selbst nimmt hier an einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme teil. Als Schreiner. Doch wer kann in dieser Gegend schon einen Schreiner beschäftigen? Trump ist gut. Aber ich würde ehrlich gesagt jeden wählen, wenn er nur Jobs schafft. Aber warum sollte es denn gerade er schaffen, etwas zu verändern? Er ist immerhin Geschäftsmann. Er versteht was von der Wirtschaft und wie man Jobs schafft. Viele in West Virginia treibt die Sehnsucht nach der guten alten Zeit. Und Donald Trump soll sie ihnen zurückbringen. Washington, wir sind wieder zurück in der Hauptstadt, in der Blase. So sehen es wenigstens viele Leute draußen im Land. Hier sind die Abgehobenen, die keine Ahnung vom Alltag haben. Ich habe das oft gehört. Also in Washington machen die sowieso, was sie wollen. Und überhaupt diese Stadt hat viel zu viel Macht. Viel Kritik also. Darüber sprechen wir jetzt mit Lara Brown. Sie hat sich Zeit für einen Kaffee genommen. Und sie kennt sich dort sehr gut aus. Denn sie war unter Wilklin im Bildungsministerium. Auf unserer Reise haben wir mit vielen Amerikanern gesprochen, die wenig begeistert klagen. Das ist uns alles egal. Politikern geht es doch nur ums Geld. Die gehören alle zum Establishment. Denen in Washington vertrauen wir nicht. Was ist falsch gelaufen in der amerikanischen Politik? Ich denke, eine Sache, die man sehen kann, ist der andauernde Frust der Amerikaner. Dass sich Washington auf Themen konzentriert, die einfach nicht wichtig für sie sind. Nicht oben auf ihrer Prioritätenliste stehen. Sei es das Waffengesetz bei den Linken oder die strengeren Abtreibungsgesetze bei den Rechten. Man sieht beide Parteien über Dinge streiten, wo die meisten Amerikaner sagen, das hat für mich nicht Priorität. Was wäre denn das Wichtigste? Es sind die Arbeitsplätze, die Wirtschaft. Wenn man sich alle Umfragen und Studien anschaut, dann möchten Amerikaner, dass sich Politiker auf die Jobs konzentrieren. Sie sollen den Fokus auf die Wirtschaft setzen. Und dann sollen die Politiker sich auf die grundlegenden Regierungsaufgaben konzentrieren. Wieder zusammenarbeiten. Und dann den Terrorismus bekämpfen und sich mit außenpolitischen Dingen beschäftigen. Lassen wir uns ein bisschen mehr über Wut und aktuellen Frust sprechen. Sie haben die Wirtschaft erwähnt, aber da steckt ja noch mehr dahinter, denke ich. Viele Menschen, gerade Junge, vertrauen Politikern nicht mehr. Oder den Bankern der Wall Street oder den Medien. Warum eigentlich? Ich denke, das ist Teil der technologischen Revolution. Das steckt im Inneren der digitalen Revolution. Die ursprüngliche Idee unseres globalisierten Zeitalters und der digitalen Revolution war, dass es die Macht des Volkes freisetzen würde. Der Demokratie selbst. Das passierte nicht. Doch zu einem gewissen Grad. Du postest etwas online, setzt es auf Twitter, machst Videos und Menschen sprechen miteinander, so wie sie vorher nie miteinander kommuniziert haben. Hat Amerika diese gemeinsame Basis verloren? Ich denke, eine wichtige Sache, die keine der beiden Parteien in letzter Zeit gut gemacht hat, ist, kleine Schritte zu machen. Anstatt die andere Seite zu dämonisieren, eher zu zeigen, dass sie zusammenarbeiten können bei kleineren Gesetzesentwürfen. Bei Themen, bei denen es Übereinstimmungen gibt. Z.B. die Reform der Strafjustiz. Etwas wie die Reform der Einwanderungspolitik. Ein Thema, das so aufgeheizt ist. Es gibt Koalitionen in der Mitte, die Gesetze voranbringen könnten, wenn diese Themen nicht für Hetze missbraucht würden. Und was ist das Versprechen der beiden Kandidaten an die Jungen? Also, ehrlich gesagt, natürlich brauchen wir die jungen Wähler. Aber sie müssen auch verstehen, dass unser Land an vielen Themen dran ist, die nicht nur die Jungen betreffen. Wie z.B. die Themen soziale Sicherheit oder medizinische Versorgung, die sie irgendwann betreffen. Aber jetzt wichtig sind für ältere Menschen, die sich dem Rentenalter nähern. Die diese Sozialleistungen wollen. Wir haben also gerade so viele Themen, die auf die Tagesordnung müssten, aber von keiner der Parteien in letzter Zeit behandelt wurden. Viele junge Menschen wollen ihr Land verändern. Es soll sozialer werden, gerechter, ökologischer, einfach freundlicher. Und manche von ihnen wohnen im Westen der USA in Portland, Oregon. Es ist eine ganz interessante, blühende, junge Stadt. Und unser Korrespondent Ingo Zamperoni ist hingefahren. Wir befinden uns hier tatsächlich in den USA. Von wegen, Amerikaner sind doch eigentlich so prüde. Es ist so aufregend. Alle hier wollen einfach nur frei sein. Aber das ist nicht L.A. oder New York, sondern Portland, Oregon. Was in Portland besonders groß geschrieben wird, ist die Freiheit, so zu sein, wie man ist. Du kannst ganz du selbst sein, egal was. Das ist wunderbar. Ich liebe es. Nicht umsonst lautet ein inoffizielles Motto der Stadt Keep Portland weird. Haltet Portland verrückt. Vorurteile gegenüber den USA gibt es ja viele. Eine kulturlose Wegwerfgesellschaft, die zu viel Müll produziert. Eine Autogesellschaft, die in ihren Monstermobilen sich nicht um die Umwelt schert. Oder auch immer wieder gerne eine Fastfood-Gesellschaft, die kulinarisch nicht viel zu bieten hat. Ja, aber da tut sich gerade einiges in diesem Land. Und nirgendwo, hat man mir erzählt, soll sich das besser festmachen lassen als hier in Portland im US-Bundesstaat Oregon. Aber was genau macht diese Stadt zum Epizentrum des etwas anderen Amerikas? Das wollen wir doch mal sehen. Das Erste, was mir sofort auffällt, die vielen Radfahrer. Und das im Autofahrerland USA. An fast jeder Ecke ein Fahrradladen. Viele davon sind nicht nur einfache Schraubershops, sondern gleichzeitig Treffpunkt, Kulturzentrum oder auch mal eine Kneipe. Keine Frage also, dass sich diese Stadt per Fahrrad durchkreuzen muss. Das Vereinsheim der Zoo-Bomber trägt den klangvollen Namen Paz, Portlands autonome Zona. Hier dreht sich alles ums Rad. Paz steht einfach für Spaß mit und Auffahrrädern. Einfach ein paar Leute, die gerne abhängen und an Sachen rumtüfteln. Radikale Einbeziehung, jeder kann mitmachen. In Portland ist Radfahren Ausdruck eines Lebensgefühls. Die Stadt versucht, so radfreundlich wie möglich zu sein. Umweltschutz ist hier ein Riesenthema. Aber hier quatschen sie nicht nur über Räder. Kaum ein Schrottteil, das nicht wiederverwertet werden könnte. Ich will einfach sagen können, dass ich mir mein eigenes Rad gebaut habe. Ich habe mein erstes auf meiner Veranda gebaut. Freunde haben mir das beigebracht. Es war eine ganz schön steile Lernkurve. Wichtig ist, dass die Schweißnähte gut verarbeitet sind. Sonst wird es gefährlich. Wenn es mich aufspießt, dann spießt es mich eben auf. Aber bis dahin will ich jede Menge Spaß damit haben. Aufspießen hin oder her. Diese Räder-Marke Eigenbau muss ich selbst mal ausprobieren. Nicht ganz meine Rahmengröße. Dafür, dass es so klein ist, kann man ganz schön Fahrt aufnehmen. Etwas wackelig. Easy Rider-Feeling à la Portland. Und jetzt kommt die ultimative Herausforderung. Was in aller Welt ist das hier? Rauf ging es ja ganz gut. Bleibt die Frage, wie komme ich hier heil wieder runter? So, what was the trick? Step over. Step over. Yep, 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 yep. Wow. More like that. More like that. Den ultimativen Kick holen sich die Radfreaks aber woanders. Die Stadt hat ihnen dafür sogar extra ein Denkmal hingestellt, das praktischerweise auch als Depot dient. Beim Zoo-Bombing geht es darum, vom städtischen Zoo aus Portlands Hausberg mit möglichst kleinen Rädern möglichst schnell runterzudonnern. Ich bekomme diesen Mini-Boliden. Und warum macht ihr das? Wir sind tollkühne Adrenalin-Junkies. Das ist die beste und günstigste Achterbahn der Stadt. Ich kann aber mein eigenes Tempo fahren, ohne mir den Hals zu brechen. Wir erklären immer einen zum Sanitäter, der hinterher fährt und alle aufsammelt, die ein Pflaster brauchen. Das kann ja heiter werden. Aber es klingt vielversprechend. Den Berg rauf geht es praktischerweise mit einem Fahrstuhl. Ohne den wäre diese bizarre Abfahrtssportart wohl auch kaum erfunden worden. Bevor wir Hals über Kopf und nach dem Motto wer bremst, verliert, den Hang runterrasen, folgt noch die Sicherheitseinweisung. Wenn ihr links überholt, dann ruft ihr. Wenn ihr rechts überholt, dann ruft ihr. Und wenn vor euch jemand stürzt. Na dann? Ich kann nur hoffen, dass jetzt bloß kein Auto die Straße raufkommt. Ich hab mir einmal das Pedal ziemlich in die Warte geknallt. Und ich wäre auch gerne noch ein bisschen schneller gefahren. Wir sind uns dran gewöhnt, aber es macht echt riesen Spaß, muss ich ehrlich sagen. Und damit zurück zum Lift. Manchmal treiben sie das die ganze Nacht so. Ebenso typisch Portland. Menschen mit allen möglichen Verzierungen. Ob eigentümliche Piercings oder breitflächige Tattoos. Hier fällt eher auf, wer nicht als wandelndes Kunstwerk rumläuft. Für den individuellen Anstrich findet sich eine wachsende Reihe von Tätowierläden. Als Brian Wilson seinen aufmachte, war klar, er ist Veganer. Also wurde sein Laden auch Portlands erster veganer Tattoo-Shop. Normale Tinte enthält Glycerin von Tieren oder Shellac von Schildläusen. Wir verwenden aber nur Farbstoffe mit pflanzlichem Glycerin. Oder wir vermeiden Pauspapier mit Lanolin aus Schafswolle. All sowas. Man muss halt etwas recherchieren. Tierschutz, der unter die Haut geht, ist aber nicht der einzige Grund, warum sie hier ganz auf Animalisches verzichten. Bei kaum etwas auf der Welt werden so viele Ressourcen verschwendet wie bei der Herstellung von Tierprodukten. Der Wasserverbrauch, die gerodeten Landflächen, die Umweltverschmutzung bei Massentierhaltung. Nichts belastet unseren Planeten mehr. Auch das ist ein Thema, das mir in Portland an jeder Ecke begegnet. Von wegen, Amerikaner hätten kein Umwelt- oder Klimaschutzbewusstsein. Mülltrennung und Recycling gibt's hier nicht nur beim Hausmüll. Wenn alte Häuser abgerissen werden sollen, dann kommt die Truppe vom Rebuilding Center nicht mit der Abrissbirne. Vielmehr wird das Haus Stück für Stück abgetragen. Von der Steckdose bis zur Wandleiste. Alles, was wiederverwertbar ist, versuchen sie vor der Halde zu retten. Die einzelnen Hauselemente verkaufen sie dann hier. Eine Art Second-Hand-Baumarkt. In der Kunden von Badarmaturen bis Beleuchtungen, von Fensterrahmen bis Flügeltüren alles fürs traute Heim finden können. Ich finde gut, dass die Sachen nicht einfach in den Müll geworfen werden. Und wer einzigartige Stücke sucht, der findet sie hierzu einen vernünftigen Preis. Man findet ja genug, um ein ganzes Haus zu bauen. Ich baue gerade ein Tiny-Haus. Natürlich findet die Tiny-Haus- oder Kleinhaus-Bewegung in Portland begeisterte Anhänger. Auch Lina Minard hat sich ein solches Kleinhaus gebaut. Mit jeder Menge recycelter Materialien. Das ist meine Küche. Hier ein kleiner Kühlschrank und ein Ofen. Und wenn ich einen Gast zum Essen da habe, dann kommt ein Küchenbrett als Tischplatte auf die Gewürzschublade. Das hier kann ich ausziehen. Und wenn ich es aufklappe, dann ist es ein richtiges Doppelbett. Und wo ist das Badezimmer? Direkt hinter dir. Du bist genau durchgelaufen. So viel zu. In Amerika ist immer alles größer, immer breiter. Das ist alles. In dem Medikamentenschränkchen steckt mein Duschkopf. Das ist eigentlich ein Gartenschlauch. Damit kann man ganz gutes Wasser dosieren. Mich hat das überrascht, aber ich hänge viel weniger an Gegenständen als früher. Plötzlich ging es nicht mehr um die Frage, passt das in meine Wohnung, sondern passt das in mein Leben? Der Trend zum kleiner Wohnen hat viele Gründe. Weniger laufende Kosten oder endlich die Chance auf ein finanzierbares, einzigartiges Eigenheim. Vor allem aber... Ich verbrauche hier etwa ein Kilowatt Strom am Tag. Ich glaube, der durchschnittliche Amerikaner verbraucht elf Kilowatt. Das ist doch beeindruckend. Wenn wir in einer so privilegierten und reichen Gesellschaft wie unserer leben, dann ist es doch auch unsere Pflicht verantwortlich, mit den Ressourcen umzugehen, die wir verbrauchen. Gelebte Nachhaltigkeit in Zeiten des Klimawandels. Tiny Houses schießen überall in den USA aus dem Boden. Doch nur in Portland gibt es mittlerweile ein eigenes Tiny House Hotel. Ideal für alle, die mit dem Gedanken spielen und so ein begrenztes Raumgefühl mal testen wollen. Sechs individuell gestaltete Hütten stehen den Gästen zur Verfügung und die sind meistens ausgebucht. Die Betreiber, Depp und Cole, sind manchmal selbst überrascht. Die Tiny House Bewegung explodiert gerade. Das ist wirklich irre. Da sind 20-Jährige dabei, die keine Lust haben, sich mit einem Riesenkredit lebenslang zu verschulden. Aber eben auch Rentner, die einfach nicht mehr so viel Platz und so viel Krimskrams brauchen. Die sagen, ich sammle lieber neue Erfahrungen als neues Zeugs. Das ist sehr unkonventionell, aber das ist auch sehr Portland in vielerlei Hinsicht. Und alles ist lokal aus der Region. Das ist ein anderes großes Thema in Portland. Das gilt wohl für kaum etwas so sehr wie für das, was diese 600.000 Menschenmetropole kulinarisch zu bieten hat. Wer sagt denn, dass Fastfood nur labbrige Burger und fettige Fritten sein muss? Überall in den Vierteln der Stadt finden sich Foodcarts. An sich Imbissbuden. Nur, dass diese mobilen Restaurants meist stationär sind. Und so regelrechte Gourmet-Wagenburgen bilden. Kelly Rogers hat ein Buch über die ausgeprägte Foodcard-Szene der Stadt geschrieben. Die Innenstadt riecht unglaublich. Das ist großartig. Hier gibt's Mexikanisch, Thai, Äthiopisch, Deutsch, Ägyptisch. Sie kommen aus den unterschiedlichsten Richtungen. Aber viele sind frisch ausgebildete Köche, die sich das noch nicht leisten können, ein eigenes Restaurant aufzumachen. Aber für einen Foodcard reicht's. Das ist clever. So können sie ihre Rezepte ausprobieren und sich eine eigene Kundschaft aufbauen. Wir entscheiden uns für thailändisch. Hühnchen mit Reis an Ingwer-Koriander-Soße. Portlander sind Pioniere des Bio-Genusses mit lokal angebauten Zutaten. Egal aus welchem Teil der Welt das Rezept kommt. Ja. Und die Soße, die kann man auch einzeln kaufen. Wir haben eine richtige Feinschmecker-Kultur hier. Wir lieben leckeres Essen, das auch bezahlbar ist. Wenn man dazu die kreative, entspannte und auch ein bisschen verrückte Einstellung der Leute nimmt, dann entsteht eben sowas wie diese Foodcard-Szene. Wichtig ist uns, unabhängig zu sein. Und der independent spirit ist ziemlich wichtig. Diese Einstellung spüre ich auch bei einer weiteren Portlander Leidenschaft. Kaffee. Hier gibt es weniger die landesweit üblichen Kaffeehausketten. Stattdessen ausgesprochen viele kleinere, unabhängige Coffee-Shops. So wie den von Wes Russell. Auch er umschreibt das Erfolgsrezept mit zwei Worten. Lokal und individuell. Das ermöglicht den Leuten Dinge zu wagen, die sie sonst nicht tun würden. Wir sehen das häufig. Jemand hat eine kleine Idee, probiert was aus. Und wenn die Idee gut ist, dann unterstützen die Portlander das voll und ganz. So sind schon viele Erfolgsgeschichten hier geschrieben worden. Aber woher kommt die Passion für anspruchsvollen Kaffee? Ich glaube, das liegt am Wetter. Wir haben diese langen, dunklen Winter ohne viel Sonnenlicht. Da brauchen wir Dinge wie guten Kaffee, um durch den Tag zu kommen. Oder auch mal ein gutes Bier. Apropos. Auch dieses Getränk ist eine Portlander Erfolgsgeschichte. Jahrzehntelang galt amerikanisches Bier als ziemlich dünne Plörre. Doch dann explodierte der Micro-Brewing-Boom. Örtliche Brauereien, die unzählige Craft-Biers anbieten, mit allen möglichen Geschmacksrichtungen. Die Gaumengewohnheiten der Amerikaner ändern sich. Sie sind experimentierfreudiger geworden. Und die Keimzelle dieses landesweiten Bier-Booms liegt allen Erzählungen nach in Portland. Portland hat all die verschiedenen Szenen. Die Fahrrad-Szene, die Musik-Szene, die Umweltschutz-Bewegung. Aber mir scheint, was alle gemeinsam haben, ist Bier. Das ist das, worum sich alle scharen. Nicht nur auf die Qualität ihres lokalen Hopfens sind sie sichtbar stolz hier. Die Hopworks Urban Brewery hat sich zum Ziel gesetzt, die nachhaltigste Mikro-Brauerei des Landes zu sein. Ihr Chef Christian Ettinger versucht, die CO2-Bilanz des Unternehmens so neutral wie möglich zu halten. Nicht nur mit 100% Ökostrom. Nachhaltigkeit zieht sich durch den gesamten Brauprozess bis hin zur Reinigung der Gärtanks. Kleine Brauereien verbrauchen normalerweise um die 7 bis 8 Liter Wasser, um einen Liter Bier herzustellen. Wir brauchen nur die Hälfte dafür. Etwa mit selbstdesignten Mechanismen wie diesem hier. Statt das Spülwasser für die Tanks wegzukippen, filtern und desinfizieren wir es und nutzen es wieder für den nächsten Tank. Sogar die Kunden können ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Das Prinzip ist einfach. Mit dem Strom, den man hier generiert, beleuchten sie da drin die Bar. Und für jede Viertelstunde, die man hier sich abstrampelt, kriegt man einen Dollar gutgeschrieben. Und der beste Nebeneffekt, nach einer halben Stunde hat man die Kalorien von etwa einem Bier wieder abgestrampelt. Genau das Richtige, um Platz zu machen für den Nachtisch. Bei Voodoo-Donuts. Die, nennen wir es mal, Konditorei ist ein Wahrzeichen der Portlander Gastro-Szene. Verkaufsschlager, der Speck-Ahonsirup-Donut. Für eingefleischte Fans bietet Voodoo-Donuts sogar standesamtliche Trauungen an. Als Trauzeugen die zufällige Kundschaft. Ladenbesitzer Cat Daddy zeigt mir, wie man einen Donut am besten isst. Egal ob beim Thema Essen, Nachhaltigkeit oder Radfahren, es gibt einen Begriff, den ich immer wieder höre. Community, Gemeinschaft. Einmal im Monat steht Lance Poehler besonders früh auf. Mit seinem Kumpel Paul baut er in einer Brücke Richtung Innenstadt einen Stand auf, um kostenlos Donuts und selbstgebrühten Kaffee an alle Pendler zu verteilen, die mit dem Rad zur Arbeit fahren. Breakfast on the Bridges heißt die Aktion, die gleichzeitig auf fast allen Brücken Portlands stattfindet. Eine Art Dankeschön der Radfahrer-Community an Gleichgesinnte. Im Winter bauen wir noch ein Regenzelt auf und wenn es regnet, dann stellen sich alle unter und warten, bis es aufhört. Eine willkommene Abwechslung und gute Gelegenheit, mit anderen ins Gespräch zu kommen. Es macht den Weg zur Arbeit angenehmer. Und falls der Plausch mit den Pendler-Kollegen mal etwas länger ausfällt, gibt es sogar ein offizielles Entschuldigungsschreiben für den Arbeitgeber. Extra Stärkung für den Tag und für die Gemeinschaft. Mittlerweile treffe ich auch immer mehr dieser Pendler, zufällig woanders. Wir quatschen dann einfach ein bisschen und dann geht jeder seine Wege. Ich sehe jetzt in der Stadt viel mehr bekannte, freundliche Gesichter. Nirgendwo sonst in den USA kommen so viele Menschen mit dem Rad zur Arbeit. Woher kommt dieser absolute Wille, so vieles anders machen zu wollen, frage ich Kelly Rogers. Das muss so in den 70er Jahren angefangen haben. Da hat eine Bürgerinitiative es geschafft, eine Stadtautobahn in einen Park umbauen zu lassen. Dieser Erfolg hat die Menschen nachhaltig geprägt. Viele der damaligen Aktivisten wurden dann im Stadtparlament politisch aktiv. Und diese Kultur lockte Leute an, die einen Ort suchten, der eben anders war. Eher untypisch ist auch Portlands Musikszene. Vor allem die Art und Weise, wie lokale Bands ihr Publikum finden. Auf sogenannten Hauspartys organisieren Plattenlabel kostenlose öffentliche Mini-Konzerte. In privaten Kellern oder Wohnzimmern. Wer ankommt beim Publikum, kommt weiter. An einem einzigen Wochenende kann man sehr günstig mehrere Konzerte über die Stadt verteilt erleben. Oder sie auch gleich selbst veranstalten. Clubfeeling mitten in Suburbia. An diesem Abend mit Mascaras als Hauptact. Sicher, jede Band will irgendwann auch finanziellen Erfolg. Doch im Vordergrund steht hier erstmal die Gemeinschaft. Es geht darum, dass wir uns austauschen, uns besser verstehen lernen, gemeinsam etwas erleben. Aber alles eitelt Sonnenschein ist es hier ja auch nicht immer, oder? Nein, das ist es sicher nicht. Aber wir versuchen eine positive Energie zu erzeugen. Hier und jetzt. In der Hoffnung, dass die sich ausbreitet wie ein Domino-Effekt. Und unmittelbar die Leute um uns herum berührt. Wenn du selber gut drauf bist, in deinem Umkreis, dann kannst du etwas bewegen, etwas verändern. Das versuchen wir hier. Nein, es ist wahrhaftig nicht alles eitelt Sonnenschein. Ich sehe auch, mitten im Zentrum, Obdachlose, Gestrandete, Verlierer der Gesellschaft. Portland hat alle Probleme, die andere US-Metropolen ebenfalls haben. Drogen oder steigende Wohnungspreise. Und so sehr sich Portland für sein liberales, tolerantes Klima rühmt, es ist eine sehr weiße Stadt. Ethnische Minderheiten spielen kaum eine Rolle. Aber immerhin, Portlands Bürger versuchen es, positive Energie zu verbreiten, wo es geht. Einmal im Jahr etwa findet ein Projekt statt, bei dem sich Nachbarn zusammenfinden, um Dutzende Straßenkreuzungen gemeinsam zu verzieren. Vordergründig eine Stadtverschönerungsaktion. Aber den Freiwilligen geht es um weit mehr, um Verbindung. Wir haben in unserer Nachbarschaft keinen zentralen Treffpunkt, sowas wie eine Piazza, wo Leute sich einfach mal so treffen können. Und das erschaffen wir hier. Und es führt auch dazu, dass wir Straßen anders sehen, dass wir durch diese Gegend vielleicht langsamer fahren oder eher mit dem Fahrrad. Denn der Gedanke, dass Autos über unser Kunstwerk fahren, bricht mir das Herz. Aber das gehört ja auch dazu. Leben bedeutet nun mal Veränderung. Ins Leben gerufen hat die Aktion Mitte der 90er Mark Lakeman. Er ist so etwas wie der Guru der Gemeinwesenförderung. Wir sind die einzige Großstadt Amerikas, in der Bürgerbeteiligung zunimmt. In allen anderen scheint es, als würden die Bürger sich mehr und mehr ausklicken. Aber weil wir unseren Hintern hochkriegen und mit unseren Politikern um Lösungen ringen, auf welche Weise auch immer, entsteht eine Kultur der Zuversicht. Dass wir auch wirklich etwas verändern, etwas in unserem Leben bewegen können. Auf welche Weise auch immer, in der Tat. Das hier ist eine offiziell angemeldete Demo. Das ist eine Riesennummer hier. Ich wollte schon seit Jahren mitmachen. Es geht um weniger Auto und mehr Radfahren. Das ist typisch Portland. Zum einen macht es einen Riesenspaß, nackt durch die Stadt zu radeln. Das kann man ja nicht jeden Tag. Zum anderen geht es aber auch um den ernsthaften Protest gegen zu viel Autoverkehr in unserem Land. Das ist ein wichtiger Anlass. Und es macht auch Spaß. Es ist mein erstes Mal. Ich finde es total befreiend, einfach nackt zu sein und Rad zu fahren. Der World Naked Bike Ride trommelt jeden Sommer mehr als 10.000 Teilnehmer zusammen, die, je nach Laune, mehr oder weniger bekleidet für die Rechte von Radfahrern demonstrieren. Eine schier endlose Prozession der Freizügigkeit, die mitten durch Portland rollt. Wie gesagt, von wegen, Amerikaner sind doch eigentlich ein so prüdes Volk. So viele Menschen werden zu einer Gemeinschaft. Das ist ein Gefühl von Freiheit. Man würde sowas ja nie alleine machen. Und alle zusammen für einen guten Zweck. Das ist cool. Ich habe so viele abgefahrene Leute getroffen. Die Kameradschaft, das ist einfach toll. Das ist einfach toll. Es gibt wohl kaum eine Veranstaltung, die das Motto Keep Portland Weird, haltet Portland verrückt, so verkörpert wie diese. Andererseits, irgendwie fühlt es sich auch normal an. Wenn alle anders sind, dann wird das Außergewöhnliche eben alltäglich. Ich kann nur sagen, wenn Sie mal an Amerika jenseits aller Klischees erleben wollen, dann sind Sie hier in Portland, Oregon genau richtig. Wer auch immer hier einziehen wird, er oder sie, hat keine kleine Aufgabe vor sich, wenn die Nation wieder zusammenkommen soll. Da ist immer noch der Rassismus, da ist die gewaltige Kluft zwischen Arm und Reich, die Ungleichheit und auch die Unversöhnlichkeit zwischen den Parteien. In wenigen Tagen entscheidet sich, wem das amerikanische Volk diese Aufgabe zutraut. Das war unsere lange USA-Nacht. Wir berichten hier live im Ersten von Dienstag auf Mittwoch mit aktuellen Zahlen, Entwicklungen und vielen interessanten Gästen. Und wir finden das ganz wunderbar, dass Sie bei uns waren, dass Sie Interesse an dieser langen Nacht hatten. Die war ja wirklich lang, vier Stunden. Vielen Dank dafür. Danke und Tschüss aus Washington, D.C. Wohin gehst du? Was machst du? Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Der Jugendliche antwortet nervös oder er verteidigt sich und schreit aggressiv los. Aber anstatt der Eskalation, wenn der Junge wüsste, dass er anders reagieren kann, fragen kann, warum halten Sie mich an? Stehe ich unter Arrest? Kann ich gehen? Dann würde der Polizist wissen, hier kennt jemand sein Recht. Und auch er muss sich ans Recht halten. Es geht um die Protokoll nach. Okay. Er hat es nicht verdient zu sterben. Wir sind doch keine Tiere. Die tödlichen Schüsse auf Philando Castile fielen während einer Verkehrskontrolle. Schockierende Bilder kursieren im Internet, gefilmt und live gestreamt von der Beifahrerin, der Freundin des 32-Jährigen. Er hat ihm gerade in den Arm geschossen, ruft sie. Der Polizist hatte die Papiere sehen wollen, dann aber mehrfach abgedrückt, offenbar als Castile nach etwas greifen wollte. Dann wird die Freundin festgenommen. Im Auto war auch ihre vierjährige Tochter. Die Polizei findet im Wagen eine Pistole. Der Fahrer hatte einen Waffenschein und soll auch darauf aufmerksam gemacht haben. Das Opfer verblutet auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Polizei hat schließlich jeder Schusswaffen besorgen. Aber mit dem ganzen Militärgerät kann sich auch eine Militärhaltung in unsere zivile Polizei einschleichen. Und die Befürchtung ist, dass die Polizei dann anfängt, die Bürger als Gegner zu sehen. Dass Michael Brown wegen einer solchen Haltung sterben musste, davon sind viele in Ferguson überzeugt. Das Vertrauen in die Behörden ist gering, man hilft sich gegenseitig. Essensspenden am Tatort, auch eine Form von nachbarschaftlichem Trost. Diskriminiert werden im Alltag, fast jeder hier kann davon berichten. Und Eltern bereiten ihre Kinder schon früh darauf vor. Ich sage meinem 14-jährigen Sohn immer, wenn du auf einen Polizisten triffst, halt den Kopf gerade, schau ihm offen in die Augen, bloß kein Ärger. Immer gehorsam antworten. Und wenn er nichts weiter will, dann geh bloß in die andere Richtung. Elliot Wilson ist zum ersten Mal zum Tatort gekommen. Die Schrecksekunde bei der Demo am Abend zuvor hat er mittlerweile verdaut. Dies hier zu sehen, fällt ihm schwerer. Das ist hart, Mann. Da bekommt man es mit der Angst zu tun. Weil ich weiß, ich selbst könnte, egal was tun, ich werde wegen meiner Hautfarbe vorverurteilt und könnte abgeknallt werden. Völlig ohne Grund. Elliot ist ein paar Autominuten von hier aufgewachsen. Ein einfaches, aber sehr gepflegtes Viertel. Fast nur Schwarze leben hier. Ich habe hier oft vor meinem Haus mit Freunden einfach abgehangen. Und ein Polizist fährt vorbei und fragt, was wir denn so aushacken würden. Es ist diese Art von Generalverdacht, ob tatsächlicher oder nur Empfundener, der die Gesellschaft spaltet. Doch was muss passieren, damit sich etwas ändert, vor allem im Verhältnis zu den Behörden? Waffenbesitz, Rassismus, gegenseitiges Misstrauen. Das ist eine explosive Mischung, die Amerikas Gesellschaft weiter spaltet. Wir sind hier auf Staten Island. Hier finden kleine Demonstrationen statt. Es geht immer noch um den Fall von Eric Garner, also jenes Schwarzen, der bei einem Zwischenfall mit der Polizei umgekommen ist, von der Polizei ermordet. So sehen das viele Menschen hier. Über 700 Menschen sind allein in diesem laufenden Jahr bei solchen Aktionen der Polizei umgekommen. Überproportional viele Schwarze und Hispanics. Ein Thema, was die Wahlen nicht bestimmt, aber die Menschen immer noch aufwohlt. Sind Sie nicht etwas überrascht nach acht Jahren Obama, der ja der erste schwarze Präsident war, dass es sowas immer noch gibt? Nicht wirklich überrascht. Da war ein kleiner Hoffnungsschimmer, aber eigentlich wussten wir es schon. Ich bin in dem System groß geworden und habe gelernt, wozu es deren Vorväter geschaffen haben. Also war Obama im Weißen Haus eine Hoffnung für uns Schwarze. Aber nein, keine definitive Veränderung. Wir haben schon die verschiedensten Dinge probiert hier in Amerika und alles wurde abgeschmettert. Was ist eine typische Situation in Ihrem Viertel, wenn die Dinge eskalieren? Etwas, was sehr typisch ist und in den meisten Stadtteilen passiert ist, dass ein Polizist einen Jugendlichen anspricht und er kennt seine Rechte nicht. Und der Polizist fragt. Der 18-jährige Michael Brown hätte jeder hier sein können, so das Gefühl auf der Straße. Doch wie schon in den Nächten zuvor, wie aus dem Nichts wird aus einer lange friedlichen Demonstration plötzlich eine gefährliche Konfrontation. Die Polizei nimmt Randalierer fest. Elliot flüchtet mit seiner Familie nach Hause. Denn er will sie auf keinen Fall solchen Szenen aussetzen. Das Städtchen Ferguson im tagelangen Ausnahmezustand. In die Wut über den Tod von Michael Brown mischt sich Empörung über das martialische Auftreten der Polizei. Wir wollen hier doch nur friedlich demonstrieren und die Polizei rückt jedes Mal in voller Kampfmontur an. Das ist doch lächerlich, dass wir hier friedlich demonstrieren und die haben Sturmgewehre im Anschlag. Rauchgranaten, Flecktarn, gepanzerte Fahrzeuge. Dass diese Bilder aussehen wie an einer Kriegsfront, ist kein Zufall. Denn seit einigen Jahren erlaubt ein Gesetz dem US-Militär, ausgedientes Material kostenlos an Amerikas Lokalpolizei abzugeben. Doch was ursprünglich für Ausnahmesituationen wie den Kampf gegen hochgerüstete Drogenkartelle gedacht war, führt zu einer gefährlichen Militarisierung des Polizeialtags, kritisieren politische Beobachter. Der Auftrag des Militärs ist ein ganz anderer als der der Polizei. Wenn du in den Krieg ziehst, dann kämpfst du gegen Feinde, die du mit aller Macht zerstören willst. Aber unsere Polizei sollte Gewalt doch möglichst vermeiden. Die Polizei argumentiert, sie müsse sich schützen können. In Amerika kann sich... Die Polizei hat nicht mal nach seinem Puls gefühlt. Statt zu schauen, ob er noch atmet, haben sie sich um ihren Kollegen gekümmert. Es ist der zweite Fall innerhalb von zwei Tagen, der die USA erschüttert. Rassismus-Vorwürfe und Proteste auch in Baton Rouge, Louisiana, nach einem weiteren verstörenden Video. Es zeigt, wie Beamte Dienstagabend den 37-jährigen Elton Sterling niederringen, der vor einem Laden Passanten bedroht haben soll. Er hat eine Waffe, brüllt jemand, dann fallen Schüsse. Sterling stirbt. Die tödliche Gewalt weißer Polizisten gegen Schwarze. Kein neues Thema, aber wieder aktuell im Präsidentschaftswahlkampf. Die Kandidatin der Demokraten, Hillary Clinton, reagiert auf Twitter. Eine Tragödie, etwas laufe zutiefst falsch im Staat. In Minnesota sieht das Gouverneur Mark Dayton ähnlich. Wäre das passiert, wenn der Fahrer weiß gewesen wäre? Ich glaube nicht. Dayton verspricht Gerechtigkeit für die Opfer. Die verlangen sie hier auch. Aber ob sich was ändern wird, da sind viele skeptisch. Fast zwei Wochen lang jeden Abend die gleichen Szenen. Der Protest gegen Polizeigewalt. Die Solidarität mit dem erschossenen Michael Brown. Lautstark, leidenschaftlich, weitgehend friedlich. Auch Elliot Wilson ist mit seiner Freundin Brooke schon den dritten Abend hier. Der angehende Lehrer ist in der Gegend aufgewachsen und hat die beiden Kinder bewusst mitgebracht. Sie müssen das sehen und sollen mitbekommen, was hier abgeht. Denn wir demonstrieren hier auch für sie. Damit es ihnen mal anders geht, wenn sie dann 18 oder 17 sind. Und dann geht es um...